so leute schauen wir mal rein hier in die schlägerei bringt mir mal fünf cowboys nach hause eben hat er es genauso gemacht hat er das jott weggezogen und hat den kopf gebracht das ist einmal zweifel gleich ablauf eben dahinten naja da stand auch so jetzt macht er auf und springt er noch mal rüber nach dem eierkopf aber da kann man lange drauf fahren auf den heckenpenner hier auf jeden fall ein paar eier ja soll ich mal geben ein bisschen spiegelt ja schön wenigstens noch ein verschmutzend köter da reingezimmert ja, das ist ein schwein ja, das ist ein schwein warte mal warte mal ich bin nicht so, ich filme nicht von anderen ich bin nicht so, ich filme nicht von anderen alle were chemicals du hattest du hast ge irrt Frage, ob ich aufnehmen will seine freispiele bei 60 cent ich kanan haha Nähn, Näh Mach ich nicht weißt,он mach ich nicht weißt du mach ist der gar nicht da sind so dichts sind so dinge Grund-Konzipien, weißt du, da hab ich hier keinen Bock drauf. Wenn du jetzt was hast und sitzt neben mir als Kumpane, ja gut, dann kann ich vielleicht mal die Glotze drauf halten. Nee. Das ist nicht bei jemand anders. Da hast du recht. Alles nett gemeint, aber... Naja, genau, wollte ich gerade sagen, alles gut. Zum Ärger und... Ja, aber teils der Ärger, weißt du, aber... Nee, aber irgendwann mal was... Muss mich alles nicht, ja. Ja, das muss man jetzt nicht negativ sehen, aber... Ist ja auch ein Kanal, der eigentlich in der Regel keine Inhalte zeigen sollte, oder von einem Kumpel oder wie auch immer. Das ist schon jetzt nett gemacht, aber... Komm, Kumpel? Oh, da oben drüber, die Sau. Hab gedacht, kommt da oben noch rein. Inspektor-Gadget war da. Nehmen wir das Stoff ohne Ende, sowieso. Da ist auch noch vieles... Alles ruht in den Kammern, wenn man gar nicht hochgeladen wurde, von her gesehen, ne? Oh ja, deswegen... Das ist schon bei bestimmten Weisen hier einig. 50, 60 Videos hier eben noch schlimmer. Aber manchmal hat man keine Zeit, oder man hat auch mal keinen Bock, oder man hat auch mal was anderes zu tun. Deswegen kann man dann auch mal zwei, drei, fünf Tage mal kein Video hochpumpen. Ja. Weil man halt nicht vor Ort ist, oder sonst irgendwas. Aber so ist das halt. Jeder hat auch ein Privatleben, und man lebt nicht nur für YouTube, und... Keine Ahnung. Deswegen die Kommentare dann manchmal, bist du pleite, bist du im Arsch, oder habt ihr ein paar Lava, oder sonst... Das sind alles Sachen... Keine Ahnung. Ja. Hat der wenigstens was geschmissen, Junge? Der hat auch gegeben, einmal zwei. Ja, Standard. Habe ich eben auch da gehabt, Köpfe, einmal zwei. Fängt die schöne Pause schon an, da, ne? Naja, Sascha, ich habe jetzt schon beide 60, 60 geladen. Ja, Dicker, ich sag ja... Was mich jetzt in nächster Zeit interessieren würde, sind auch diese Maximus-Geräte. Da würde ich auch mal gerne mal so eine 10-Cent-Session machen. Kann man alles machen. Da sind nämlich auch so viele Spiele drauf. Da sind viele Spiele drauf. Manche sind auch gar nicht so schlecht. Ja, manche sind auch ganz gemäß. Ja, die stehen so... Alle... Die sind ja auch gut gemacht, so, ne? Auf Sound her, die Soografik, gar nicht mal schlecht. Besser als die anderen Geräte, ne? Ja, machen zwar auch manchmal viel Palava für 2 Euro, ich bin dann... Ja, aber ja, gut. Geht nicht. Ich glaube, ich werde jetzt hier gleich mal auf Book of Floor 6 gehen. Spielen wir nochmal 30 zu 30. Gucken wir mal, ob da irgendwas passiert. Und 36, lassen wir den mal laufen, wenn den Schleien geht. Nein, bei der Frau ist leider schwer. Ja, wir wollen jetzt hier nicht so gut. Ja, wir wollen ja jetzt mal auslegen. Ja, wir wollen das hier nicht so gut. Ja, wir können nicht so gut auf die Farge auslegen, aber dann nur auf die Farge ausziehen. Es wäre nicht so cool wie in die Farge aussehen wäre, aber das ist alles Neighbots zu sehen. Und das ist nicht so gut. Ja, wir können auch eher sehr gut auf die Farge ausgehen. Ja, sieht nicht gut aus hier. Riecht hier nach Totenstarre. Schauen wir mal, ob hier was zu holen ist. Wäre auch zu schön gewesen. Was? Warte mal, ne Pause. Dreckig wusten. Müsst ihr mal ne Kippe draufschmeißen, damit der weg geht. Naja, damit der ganze Dreck mal wieder sackt. Kann ich grad sagen, damit du mal schön wusten kannst. Manchmal bin ich auch am Rüscheln, ey. Warte mal. Mach die Besenkammer mal auf hier, Mann. Ja, was willst du machen los, Alter? Ganz schmutzige Bratkammer ist das. Ein bisschen hoch geworden ist schon drauf. Ja, ja. Siehst du, wie machst du da, was da drauf war. Oh, mein Gott, das... Schon meldet sich die Todgeburt. Miese Laune. Eine Chance direkt im ersten Dreher und jetzt... Da ist noch mal eine Sacke. Da ist noch mal eine Sacke. Na ja? Der ist ganz schlaff. Hier von den Geräten. Da ist noch nicht viel zu tun am Automat, da ist das Problem. Keine Handzeichen. Nichts. Wie gesagt. Ja, also hierfür können wir auf jeden Fall schon mal das Leichentuch holen. Da passiert da ja nichts. Da ist jetzt sowas von Mause tot, da leg ich mich am Arsch auf. Ja, Leute, da müssen wir mal irgendwas anderes sehen. Ja, das macht ja keinen Sinn. Jo, Leute, was geht das? Moneymaker am Start. Let's copy. Ein bisschen hier an den Büchern rumknuss. Vor allem mal gucken, ob hier was kommt. Gucken wir uns den Schmutz mal an hier. Dicke Seuche am Arsch. Vielleicht ein Weißfilm auf dem Kopf. Ja, vom Kaffee. Ja, vom Kaffee. Dreckigen Kaffee. Dreckigen Kaffee. Ja, das ist richtig. Da haben wir die erste Ladung hier. Gucken wir mal, was hier noch so kommt. Bei dir kommt noch nichts, wa? Kriegt den Samurai auch tot wie sonst noch was. Das ist schon leicht angeforzt. Was ist denn hier los? Die Bücher sind auch wieder auf Talfahrt hier, wa? Die Ring. Niemand. Was ist denn hier los, Alter? Der macht ja überhaupt keine Veranstaltung. Der ist ja... Mausetot, du. Wird er mal schlafen? Ja, ja, mach mal. Sieht aus, muss man erstmal laden hier überall. Und, oh, im letzten Dreh, er auf Zero. Mit der letzten Schraube, hier hat das Schwein auch noch. Oh, ja, ich hab jetzt noch Köpfe. Dann mach mal. Ja, ja. Bei wenigstens ein Dreier. Ein bisschen Spiegelt. Ah, der läuft wieder auf der letzten Grasnadel hier, hat wieder jeder Arsch Kohle gekriegt, und auch alle Geräte hier wieder besetzt. Gut. Hey, warte, warte. So, das ist gut. So, Entschuldigung bitte. Aber jetzt gehe ich mit allen an. Laden angesagt. Ja, grüßt euch Leute. Wir checken mal hier die Lage auf. Book of Ram Magic. Gucken wir mal rein in den Tümpel. Ich hab das mal so gespielt, ja. Aber jetzt nicht hier auf Cameration oder so. Ja, weil ich das gar nicht zocker. Das ist... Ja, klar, logisch. Ja. Ich zog gerne Oldschool, aber nicht... Weiß ich nicht, das ist jetzt nicht unbedingt mein Favoritengame dafür. Weg spielt jetzt nur noch die Spiele, die der Bunny Maker nicht machen. Ja, deswegen gehe ich auch gleich... Deswegen gehe ich jetzt gleich auch weg von dir. Kann mir den Schmutz... Kann mir diesen dreckigen Schmutz da nicht rein schweffern? Ja, das werden wir jetzt sehen hier. Das werden wir jetzt sehen hier. Müsst ihr jetzt mindestens einmal für rein marschieren. Hoppy hat mir nämlich wieder einen Staubfänger mitgebracht. Staubfänger? Ja, ja. Eskalt vor B. Das ist mir nur wieder eine Schmutzkolonne hier angeschliffen, Alter. Hier passiert überhaupt nichts. Das ist ein uraltes, schmutziges Direktspiel. Ein schmutziges, uraltes Direktspiel. Das hört sich auch gut an, du. Was brauchst du da? Drei Priester? Bei Feuer, oder? Bei Feuer. Wie? Aber wenn der Mann da ist, dann dreht er da auch nach. Zwei Varianten. Okay. Dann werde ich ja gleich auch mal in der Ecke mit 5 Cent spielen. Ach, scheiße. Wenn wir mal auf 5 Cent anhauchen, du. Ja, wir kommen nur im Club. Ja, ich habe aber jetzt kein Geld mehr drauf. Was soll ich da machen? 10-10 spielen. Ich habe keinen Bock drauf auf sowas. Ja, leider Gottes. Wo ist das? Wo sind die Schäwe weg? Ja, habe ich ja noch nicht mal. Ich habe 470 drauf gehabt. Ach, und kracht. 280 rausgeholt. 280? Du bist 300 runter gespielt. 280 rausgeholt. 20 habe ich drauf gelassen. Jetzt nochmal 10 nach, also 270. Das geht schnell, Alter. Du hast jetzt 4 Kilo dann auch gelöscht. Naja, schön wär's, Mann. Nee, gut. Also das Spiel. Wurde aus dem Kackspiel des Jahres 2019 erledigt von mir. Das ist sehr gut. Eine solche Bezeichnung Kackspiel des Jahres. Wird nicht geboten. Wer dran geht, äh... Kann sein, dass der dann mit Schussverletzungen vom Automat wegkommt. Aber bei dem Spiel kannst du einiges an Fleisch verlieren, Junge. Kannst du viel Fleisch verlieren? Auf jeden Fall. Ja, Leute. Ich muss mal eine andere Schäse buchen, ey. Scheiße. Das ist ja sehr gut. Einige, tolles Ausatmen. Das ist eben ja ganz üblich.